Ich habe mir das gerade vom Speicher-Esser gekauft, stimmt? Mein Fischer bringt mir das nix. Da bringt der Angriffskraft SD dann das für einen Arsch. Bist du nicht oben gewesen? Was? Nein, mein Herz schwegt nur für Sydney. Weißt du, ehrlich gesagt, was soll ich sagen? Boah, weil ich rechnen kann, außer Link oder den Fuzius, hat seine Playstation-Programm angehabt. Ich hatte aufgestanden und es wurde vor 3 Stunden Video hochgeladen. Und darum war es für mich logisch. Ich habe mir das ja angelissen. Das war ja auch Romantut. Oh, der war nicht oben, eins von beiden. Da kann ich nicht oben gewesen. Da hätte ich nur noch mal gefragt. Das andere Wanderer hat gesagt, warum war der vor 3 Stunden nicht? So gesehen lügen könnte ich halt plötzlich schwand. Ja, okay. Dann mache ich da die Wüste. Aber ey, der Roboter, ey. Dann kannst du den Pfeif rauchen, ey. 99, ey. Pff. Ich frage mich echt, warum ich nicht mehr wiederbelebt werde. Habe ich irgendeinen falschen Gegenstand bei mir dran? Dem ich nicht mehr automatisch aufsteige. Dem ich wie eine Phönix-Feder. Das Phönix-Feder habe ich. Ich habe auch gedacht, okay, wenn der Gegenstand wird das benutzt. Automatisch Phönix-Feder, ja. Nein, da handelt ich auch nicht. Boah, ich habe jetzt voll gespeichert. Puh, das weiß ich jetzt auch nicht. Geh mal hin, wo geh mal hin. Äh, 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 äh. Wir gehen, wie viel habe ich, 105? Ich kann nicht, ich will eine Accessoire kaufen, habe ich gedacht. Ähm, äh, äh, also für drei Accessoires, wenn man, ähm, auch wenn es etwas Besseres gibt, ja. Pff, 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 pff. Da Aufgaben. Da oben hin. Das ist viel zu weit weg. Hau mir ab. Das, das haut zu weit weg. Das Foto, oh, das Foto ist nicht weit. Da kommt auch der Food Shoes nicht weiter, aber ich bin dann noch weiter hinten. 4.000. Uiuiui, Alter, dann kriege ich durch Essen, äh, 6.000. Also einmal da hin. Das geht doch da hin. Ey, ich war hier schon. Das ist so ein Scheiß. Jetzt entspannt. Das ist so ein Scheiß auf die Pamela. Kein Bock der jetzt da zeigt mir den Zug da zum Fahrer. Geh ich bereue rüber ein wenig. Ja, hoch im Level ist der, der kann es da schnell Geld machen. Da rabbet durch, da rabbet erst mal im Jagdauftrag liegt das ganze Geld. Hast, hast Paket bei, bei, äh, äh, doch gekauft? Beides. Warum? Okay. Ja, Armee, ich hätte mich bei der Armee gefangen, ich habe fast alle und bei, äh, bei Franzosen und, äh, Geld bis. Oh, wir sind nie, wie, wie sieht es im Spiel aus, oder auf jeden Fall die Bilder, was man sieht im Store. Aber, für mich, ich kann natürlich immer was anders drüber kommen. Ah, ja. Ja, hallo, ich hab nicht aufs Auto drüber, ich hab auf... Oh, muss ich hin? Hey. Was ist das für ein Rotz? Schienen wir sonst hin oder was? Oh, aber da, da wäre alles bei mir auch schon offen. Da hat auch Fragezeichen bei dem scheiß, äh, 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 äh. Das ist da, wo jetzt das andere Spiel anfängt, äh, wo die ganzen Läden sind, äh, so. Gehen wir mal kurz da rein. Wo die ganzen Läden sind, wo die, wo das Hauptspiel, wo das zweite Spiel halbwegs anfängt. Was hast du, äh, äh, weiterreißen? Was? Aha, hm. Ja, aber vier, fünf, äh, äh, weißt du ja nicht. Hm. Der freundliche Jäger. Meinst du mich? Ganz genau. Der freundliche Jäger. Soll ich das übernehmen? Wie? Du? Hm. Okay. Also gut. Tut mir leid. Sind ziemlich viele. Oh ja. Du musstest so Ventile suchen, oder? Hey. Ja, wo du gestern gesagt hast. Wenn du mal weiter kommst, wirst du mich sicher verstehen. Die Mädels hier müssen echt ranklatzen. Bei den, äh, äh, den Auftrag da vom Marktplatz. Ja, sie kümmern sich um alles. Von Minen arbeiten bis zu dem Markt drin. Hm. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ist ja nicht weit. Sind wir das hier drüber dran, 100 Meter rum. Ich frage mich auf. Ah, ne, da hätte ich hin müssen, da. Da oben ist nur wo du bist. Ah, bin auch doof. So, da oben ist auch dein Fragezeichen, okay. Das ist das. Das ist da. Ah, da war ich grad. Ich bin dumm. Das ist nur bei der Chocobo-Farm. Ah, leck mich doch am Sack. Ah, das ist auch nicht weit vom Hauptplatz. Das passt. Nochmal Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Äh, wie ist das jetzt? Klemmt noch von Dienst. Ah. Sind, sind, sind die ganzen Teile, äh, die ganzen Teile hier, äh, auf dem Markt, oder was? Hallo! Ja, sehe ich, weil da blaues Ding ist. Das kostet das Elixier. 400 und Phoenix wieder das. A echt nicht. Bist ihr nicht? Wenn ich wüsste, was ich verkaufen kann, was ich nicht mehr brüchte. Dass man so jemand für eine scheiß Waffe braucht. Für ein Essen. Zu gucken, wo... Zu gu... Da liegt was, es ist eins. Nein, um zu gucken... Um zu gucken, mit dem scheiß Riefen, was ich da verpalle, oder verkaufe. Jetzt wird sie auf welches Zimmer einen silberigen Bräuerhundet. Dann habe ich die Waffe schon gekauft. Aber das habe ich ja nicht, und das... Erhöht die Stärke, erhöht die Stärke. Da muss ich noch mal gucken, ohne Witz, was da besser ist. Es kostet 500. Ja, das habe ich schon drinnen. Das ist der Angriffskraft 96, der habe ich auch schon gekauft. Das ist 1,633 für den... Äh, da habe ich auch wieder das Bessers drin, 195. 244, der habe ich auch schon gekauft. Und frisch gibt es nichts Besseres. Man sieht sich. Ich habe vor kurzem meinen ersten Ende gesehen. Ich bin echt unheimlich. Oh, das sind die irgendwo hier. Diese schwöne Luft. Du sagst es. Ja. Blau ist auch nichts, leuchtet auch nichts. Leuchtet auch so blau wie andere Sachen. Leuchtet auch so blau wie andere Sachen. Ne. Jetzt zappet's. Ich habe noch mal den Pixel. Vielleicht gucke ich es mir doch an. Ja, das ist vom Pixel wieder über Kandos 7. Ja. Was liegt da? Kaputte Taschenohr. Was will ich damit? Verkaufen. Wow. Nachts pulsiert hier aber das Leben. Hier. 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 Wie geht das? Das gibt 2000, dann kriege ich 3000. Ne, die leuchten, ich glaube, da muss ich X drucken, wie so Türen, die er aufmacht. Und das war der nächste Auftrag, X drucken, Ventil, Ventil, ne, das ist auch ganz. Oh, da gibt es auch noch einen, der hat mit dem Auftrag, oh, wusste ich gar nicht, danke. Den habe ich noch gar nicht, komisch, ein Koch. Was? Dies ist unsere Karte. Ne, nur Scheiß essen. Was gibt es für Jagddinger? Boah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pff, ist alle voll billig. Kann ich alle anwenden bei der Jagd? Oh, ihr wollt uns also helfen? Ja, schon. Danke. Das ist überaus freundlich. Viel Glück bei der Jagd. Jetzt scheiß ich erst mal auf. Oh, ihr wollt uns also helfen? Ich komme nur bei Tagsüber und im Regen. Ja, hier ist das natürlich Regen, kommt es gerade. Auch noch. Seid vorsichtig. Aufgaben, da machen wir erstmal Jagddinger. Tagsüber Regen. Das geht nur bei Nachts. Her damit. Behemoth-Fleisch hab ich noch nie gegessen . Bestimmt . Ordendlich biss. Wenn der Behemoth nur mal nicht uns verspeist. Ey, sag doch nicht sowas. Die Infohentler sind auch unglaublich. Gibt's dass die nicht wissen? Die Hochas-Immoth betrachtet werden wir noch hatersen. Die sehen wir einmal an etwas, euch sagen irgendwas. Keiner zuvor! Hä? Warum? Wichtig um.... ... ... Ich hab' einen Scheiß Aufzug. Das wär' jemand für gerade. Was will ich hier oben im Scheißaufzug? Hast du schon Jagdaufzeuge da beim... ja... mit einem Tuster? Also... da am Hafen. Also kein Tuster, äh... Ja, wo der Kraftwerk so fieger zertöten sollte. Dann frag mich auf, ey... Nein, ich will das Kraftwerk nicht verlassen. Äh... Warum sollte ich da mit dem Aufzug fahren? Da oben ist doch nichts. Was hast du dann gebracht, da mit dem Aufzug zu fahren? Da sind ja schon die Arztlieger. Wo ist das? Ne... Was das gibt... Prachthadenaufzitter zu fahren. Ey, 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 ey... Ja, gib Energie her! Mir gibt nur keine Energie, ihr Arschlige V-Hurten. Das hätte ich für Gammel sind. Ich dachte jetzt mal, der eine einmal letzte Mal. Eine andere, das müsste ich mal mitnehmen. Hä? Ja, changer ich. Nix geben! Oh... Innere ich zu Funnymanchrene. Oh! Alter, da sind wir hier, woher wir echt die Führung haben. Jetzt werden die Scheiße ganz viel rausgehen. Das ist ein bisschen... Boah, das ist ja auch nicht das klingelt. Das ist schade. Ich hätte direkt die Hupfen können. Das ist ja auch nicht das klingeln. Das ist ja auch nicht das klingelt. Ich bin hier. Wien geht. das müssen wir noch mal werden 4 vorhanden wenn du jetzt kann man zwei drei hunde wie alt die war ein Sack schräg die war über 20 alter Schwede scheiß die Wandern scheiß feuer Viecher da ey Pfff, auf die Jaxe, Alter, wo ich mich vollständig haie, scheiß Energie bin jetzt ne. Die wo ich da aufheben. Tagsüber, das ist nachts. Das sind aber andere Fische. Das hat keine Ding, das ist auch da ne ne. Das ist auch da ne ne. So nachts. So, her damit. Her damit, her damit, her damit. Äh. Krieg ich jetzt wieder zurück? Nein. Mit den Mädels hier sucht man besser keinen Streit. Das ist es. Ja, Kraftwerkflossen. Oh, nicht weit von mir. Von Kraftwerk. 80 Meter. Pfff! Seit lange laufen hier Viecher rum. Auf dem Marktplatz. Hm. qué Schauspieler. Auf dem Marktplatz. Hans? Kach. Kach. Wie. Kach. im dunklen fahren ist gefährlich schlafen wir irgendwo kein problem bin auch fit von mir aus aber fahr bitte vorsichtig findest du die leute in dieser stadt nicht auch unglaublich offen ja hier grüßen einen alle auf der straße stimmt anders als in insomnia was da grüßen die menschen nicht mal die prinzen das ist nachts das ist nicht Oh nachts, wollen wir da noch mal hingehen? Und bei Goswars gewissen. Und es dauert so lang? Ich bin ja schon gespielt da, wo ich neunetet und ja, so in der Früh in der Spiele oder so. Ich halte so viel aufgehört, wie ich aufgehört habe. Und bei dem anderen Schnudi, das er nach drinnen hat es. Nach drinnen hat es stammeltiert. Doch, ich muss noch biegen. Warum halb eins, wo ich nach Sportstudio wieder an bin? Ich habe ja gesehen, dass die Beine schon auf sind. Ich wollte auch spielen, aber ja, tausend mal eingekriegt. Erstmal in Vierwacht, da bin ich aus Not. Dann habe ich geguckt, wie das für Bundesliga steht. Da wollte ich eigentlich einkaufen. Ja, ich schaue, wie die Thomas kennt. Ja, furchtend. Jetzt kommt schon wieder Vier. Ah, die ist schon wieder. Die Rosen, äh, die Rosen, äh, Dinger da. Die, äh, die Brenndinger da sind die Rosen. Was war die denn? Hält doch euer Schnudsen. Ah, zack, 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 zack. Ja, gib mir bloß nicht so viel, E.P. Aber bloß nicht. Level 20, wie ich gerade mal 50. Und dann zertippe es dann so'n, so'n... Ah, Level 20. Alles logisch. Die logische... Achso, schon fertig. War, war es ja nicht gewesen, wo er nicht... Hab, pff, kriege ich es jetzt raus. Den du nicht geschafft hast. Ah, warte, ich muss gucken. Muss ich jetzt abbiegen. Ja. Abbiege, äh, links. Auf seiner, gewisse, den du, den du wusstest, oder, ja... Ein, den, den du nicht wusstest. Ihr, den, den du jetzt gerade gemacht hast. Was? Aber das kann ich auch, den, den du nicht weiterkommst. Wer wenigstens keine sicher fürchten. Aber wie gesagt, äh, wir oder den sind die... Ne, wir haben nicht die normale, wir haben die, die mittlere, glaube ich, mit R. Was haben wir die normalen? Ja, wir haben... Zwei bis 250 Nebendinger, ja. Und die Deluxe haben, woher die auch immer... Ja, haben mehr. Das ist ja... Das muss ich manchmal, wenn du mal, wenn du mal laberst. Ja, du wusstest, dass der die... Wenn das wirklich so... Wenn das jetzt, wo ich wollte, und erst weiter gehst, ja. Wenn du dann den Nebenaufträger hast. Ja... Ja... Denken sie mir, irgendwann morgen... Morgen friert... Sonntags... Ja... Wie man den Spruch dann auch immer nennen will. Ja... Es war dann nicht immer Nacht. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Wo ist jetzt... Oh! Was hier ist jetzt? Auch hier... Ah, halt mir doch auch zum Jungrein. Das war's. Das war's. Oh Mann, ich bin fertig. Ja, legen wir eine Pause ein. Ich habe eine Kutzkarte. Der ist hier, genau bei der Hölle. Hier, 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 hier fluttert er. Jetzt sehe ich mir einen merken hier, genau das. Jetzt mal im Ernst, das ist zu riskant. Also, lassen wir es? Nee, schon okay. Los geht's. Jetzt mal im Ernst, ich hab's zu... Vielen Dank. Kein Thema. Ha! Yes! Ich bin mir sehr gut besorgt. Obwohl wir alles geben, scheint's nicht zu röchten. Nicht, wenn man rumsteht und jammert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hätte da hinlaufen sollen und dann beschworen wir uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Geh! Das war's für heute. Ja! Sieht besonders fit aus. So mach nicht mehr lange mit. So mach nicht mehr. So mach nicht mehr. Sieht nur hier. Auf wenig! Du bist nicht! Sieht nur die es. Sieht nur den Schleimern! Sieht nur den Aufgewachsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ähm... Um... Oh, das ist mir wirklich knifflig. Ah ja, über 15.000, ey. Ich bin ein Drevel, ich meine, okay, das ist noch mal das Viech dazu. Aber ich hab da das, ich hab da das. Ich hab da das, Alter, ich hab da das eine benutzt, ich hab da doppelt, ich hab da 50, ich hab da nicht mehr, ich hab das andere drin, Alter. Das ist jetzt besser wie nix, aber pfff. 15.000 ist schon mal echt ein bisschen... Hey, schau nach dir in die Hand. Überraschend sie, oder? Was, Herr? Soll ich schallt hier, wenn ich da nicht lange will, soll ich das nur ein Wunsch? Wird sie jetzt etwa das kochen? Los geht's! Okay. Hey, wir haben's echt raus. Wir haben's 600. Okay, leider. Da sieht doch schon was. Mega-Fenix. Ja, ja, wie gut, na, Kofi. Hier genau gibt's die Mega-Fenix. Die Mega-Fenix. Ja, das macht, glaub, zwei oder drei. Zwei oder drei macht das, glaub ich, lebendig. Jetzt wird sie wieder zugelegen. Oh, ich bin so einand. Oh, ich bin so einwes Gregorfen. Oh! 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 Okay. Okay. Whoa. 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 Whoa.